Wenn wir an ein Kloster denken, kommt das Erste, was uns in den Sinn ist, ein religiöses Leben der Abgeschiedenheit und Hingabe an die Kirche. Während der Regierungszeit von Johannes V. Portugalischen, religiöse Institutionen waren jedoch synonym für Verdehrung. Hallo Geschichtsliebhaber! Heute werden wir über die Liebesgeschichte zwischen einem portugiesischen König und einer Nonne erfahren. Sind Sie neugierig zu wissen, wie alles passiert ist? Also abonnieren Sie den Kanal und lassen Sie uns ohne weiteres mit dem faszinierenden Video von Paula Teresa de Silva e Almeida fortfahren. Die junge Paula stammte aus einer verarmten Familie und erlebte am 31. Januar 1717 eine schicksalsverändernde Wendung. An jenem Tag wurde sie von ihrem Vater in das ruhige Kloster des heiligen Genesius in Odibilis gebracht. Damals wurde das Kloster vom Zisterziererorden der Bernadekanen kontrolliert. Sie war jedoch nicht die einzige in der Familie, die religiöse Leben eintrat, da ihr Vater auch ihre beiden Schwestern dorthin brachte. Obwohl sie keinen Wunsch oder keine Berufung nach religiösem Leben hatten, ließ ihr Vater sie im Kloster. In der damaligen Zeit war es weit verbreitet, dass Mädchen bei Fehlverhalten ins Kloster geschickt wurden. Eltern, die durch die unerwünschten Beziehungen ihrer Töchter verärgert waren, sahen im klösterlichen Leben oft die Lösung. Eine religiöse Zuflucht. Außerdem konnte Paulas Vater sich keine Hochzeit, Mitgift oder Investition in die Ausbildung seiner Tochter leisten, also beschloss er, sie ins Kloster zu schicken. Leider wusste er wenig, dass er seine Töchter in eine Welt lieferte, die von Verlust und Sünde umgeben war. Weit, weit vom Bild der Bescheidenheit und Reinheit, das von der Kirche projiziert wurde, kamen viele mächtige Adlige und Künstler aus verschiedenen widersprüchlichen Gründen ins Kloster der Odivila und sagten manchmal, sie nahmen dort an Partys teil, andere Zeiten zu treffen. Aber die Wahrheit war viel dunkler. Sie kamen, um die Herzen der Nonnen zu gewinnen, um ihre Körper in Besitz zu nehmen. Galante Dichterreime wurden mit süßen Weinen und verführerischen Blicken belohnt. Die Schwestern ergaben sich oft der Leidenschaft und verlierten ihre Gelassenheit. Wie Cäsar Principe in seinem Buch Mentado Paraiso schrieb, schuf die zahlreichen Schatten den Wunsch. Paulas erste Liebe war Graf Vimioso. Sie trafen sich im Kloster und ihre Liebe und Leidenschaft flossen. Aber es war mit dem portugiesischen König John V., dass Paula ihre intensivste Liebe fand. Sie lebten eine heiße und langanhaltende Romantik. König und Mutter Teresa trafen sich 17 und 18 und es gab zwei Gelegenheiten, die zu diesem Treffen geführt haben könnten. Das erste war am 11. Mai 17 und 18 während des Festes der Wiedergutmachung des gesegneten Sakraments und das zweite am 23. Oktober, als eine Adelshochzeit gefeiert wurde. Als der König Mutter Paula traf, war sie bereits in einer Beziehung mit Grafen Vimioso, wodurch der Grafen in einen Rivalen des Königs verwandelt wurde. Die Legende sagt, dass der König, auf den ersten Blick mit Paula geschlagen, angeboten hat, zwei Nonnen seiner Wahl zu zählen, wenn er seine Geliebte aufgeben würde. Die Legende